Schon mal darüber nachgedacht, was es damit auf sich hat, dass der deutsche Film oft so unsagbar schlecht und langweilig und dumm ist? Nun, wir versuchen das zu klären. Wir, das sind natürlich die Hosts und das bin ich, Wolfgang M. Schmidt. Wir werden über den deutschen Film, seine Geschichte und seinen Stand in der Gegenwart sprechen. Ihr könnt also auf den nächsten Sonntag gespannt sein.